das ist in größter Gefahr. Sehen wir gut drauf. Unser Schilder teilt nichts. Also mich. Magic Mushrooms. Pass auch gut zu der Musik jetzt. So komm her. Toll, da drüben ist natürlich Eisen, war ja klar. Moment, ich guck mal ob ich da hochkomme. So. Ah ja, hab ich mir schon gedacht, du Pisser. Penner. Ja komm hoch, komm. Ach, Alter. Ich hau mir auf die Fresse, ey. Ja, wirklich. Okay, wir gucken mal ob unsere Verlustung schon fertig ist. Hier noch was? Ne. Oh, ich hoffe wir finden hier wieder Rosen. Zwölf. Ja, mit zwölf kann ich schon mal so anfangen. Du meinst, hast du zurückkehre? So, Kinder ist jetzt, pass auf. Ach, wir brauchen natürlich noch ne Craftingbox. Ich bin so sorry. Ah, wo kommst du denn her? Du Penner. Ah, was willst du? Was willst du? Was? Willst du? Aua, das war daneben. Verdammt. Level 7. Ich hab im Übrigen ja rausgefunden, dass der Rettler in seiner Quest ziemlich heavy ist. Ah, das ist in größter Gefahr. Sehen wir gut drauf. Uns erschüttert halt nichts, ne? Also mich. Haha. Also so ein Creeper. Da wird's eng. Da krieg ich Plack. Kann ich gar nicht ab. Sowas auf. Hier, hier, hier. So war das glaube ich, ne? Ja, grandios. Komm her da. So, was brauchen wir noch? Helm. Ah, das passt ja hier, ne? So, okay. Äh. So, komm jetzt. Aha. Ist doch stilsicher, ne? So, okay. Jetzt brauchen wir nur noch ne Hose. Und dann fühl ich mich schon richtig gut. Dann machen wir so ein Schwert. Oh, ich sitz hier so verkrampft, Kinders. So, komm her. Komm, was ist jetzt nun? Ja, her damit. Oh, das ist doch auch gleich fertig hier. Was noch? Na also. So. Ähm. Was brauch ich? Hose. Äh. Ja, na. Sehr schön. Yeah, Baby. Aha. Wuuu. Es geht bergauf. Ey. Aufhören. So. Okay. Wir haben ne Eisenrüstung. Aha. Fühlen wir doch gleich viel besser. Was macht denn die? Ah, okay. Haben wir noch. Äh. Nächste Penner. Ey, du Pisser. Oh, guck mal. Und hier. Ach, ja. Das war das Eck mit der Fingruhle hier, ne? Hallo. Na ihr? Was glaub ich? Hä? Ey. Wo ist geht ab? Mal gucken, dass hier von hinten nichts kommt. Ja. Bleibt da unten, Alter. Bleibt da unten. Bleibt da unten. So, fucky. Oh. Oh. Wohin. Wo ist das denn? Oh, ja. Alles klar. Nein. Du Penner. Ist nicht da ganz so? Ohhhh. Aaaaahhh. Äh. Du kannst nicht weg machen. Okay. Na, ist das irgendwo so ein Skeletzbauer oder so? Das ist die offentlicht. Wohin. Oh, wow, 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 ne, komm, alter. der Verpissung der Lose er kommt auch ab erheizt wird von zwei Jahren okay das auch hier neue Fallen das ist gut das Ende Das wird sehr wahnsinnig. Was hier auf dem Spiel steht. Nein. Dann gehst du gleich in die Luft. Mir kann man doch sprechen. Das ist mir noch ein bisschen zu heavy. Guck mal, hier drüben geht es raus. Wahnsinn. Da geht es ja raus. Ja, meine Güte. Guck mal hier. Lass mich mal raus hier, komm. Was ist denn nun? Oh, guck mal. Ja, cool. Ja, Mensch, cool. Ja, ist hübsch bei euch. Gefällt mir. Okay. What the fuck? Oh, diese Musik. Okay, pass auf. Hier machen wir uns mal zwei Fackeln nehmen. So Stelle markieren. Alles klar. Ab jetzt meins. So, dann gehen wir hier mal rein. Hier kommt auch mal eine Fackel hin. Okay. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir das Kohle hier. Die ganze Kohle hier. Die kommt jetzt weg. Die tragen wir sorgfältig ab. Na, so. Immer aufpassen, dass kein Creeper kommt. So, dann, ähm, ja, ich weiß nicht. Soll ich mal, wollen wir irgendein Thema anquatschen? Da steht das Religionsthema. Da steht noch aus. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das so gut wär. Jetzt ist die Spitzhacke im Arsch. Okay. Ne, pass auf. Das lassen wir noch. Das heben wir uns auf. Die Sache mit der Religion. Ich will ja überleben. Oh ja, Mensch. Au dir. Jetzt wird sich aber getümmelt hier, ne? Ah, was ist los mit dir? Pass mal auf, du Alter. Hau dir aufs Maul. Ihr könnt doch gar nichts, oder? Zwei. Hm. Ist das irgendwie doof? Hey, hallo. Pöner. Ja, du bist gemein. Ja, guck nicht so doof. Komm jetzt. Komm mal her. Ach ja, das hab ich befürchtet. Haha, nee, du. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Was ist jetzt mit euch? Geh nochmal drauf jetzt. Komm. Bäh. What the fuck? Was war das? Bäh. Bäh. Ach so. Ach, genau. Ja, jetzt ist ja irgendwo ein Nest, oder? Gibt's ja nicht. Ich hab immer so bammelt, dass von hinten was kommt. Komm jetzt. Geh nochmal drauf. Hallo. Was ist nur los mit dir? Stirb. Alter. Stirb jetzt. Stirb. Stirb hin. Na, also. Ja, toll. Du Pöner. Jetzt komm halt mal hoch. Hab dich nicht so. Sei nicht so schüchtern. Ich bin echt ein Zahmer. Mit mir. Also, wirklich. Echt doch. Na, also. Jetzt hat er es begriffen. Ah, ha, ha, ha. Ja, Alter. Kommst du jetzt? Was denn du? Feiern wir alleine, wenn du nicht kommst. Ich sag's dir. Ah, ha, ha, ha. Hallo. Oh, ihr begreift doch gar nichts, oder? Jetzt mal ernsthaft. Ah, also. Okay. So, dann hau ich mir erstmal was hinter die Kiemen. Draußen wird schon wieder Nacht. Haben wir denn noch was? Ja, hier. So. Ja, komm halt. Komm doch. Aua. Danke. Du bist echt sehr sympathisch. So, du pisser jetzt. Hau dir auf die Fresse, Alter. Oh, gefährlich. Oh, oh, oh. Gefährlich. Oh, 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 oh. Ich weiß, die Musik entspannt. Aber im Moment. Mich nicht. Ah. Ah. Okay. Heißen. Zischwurm. Kein Zischwurm. Okay. Wir brauchen immer noch Eisen. Wir haben uns hier jetzt eine Rüstung gemacht. Noch können wir uns keinen Eimer leisten. Was ist denn hier? Geht's hier schon wieder raus? Ach, du meine Güte. Aua. Was war das denn? Ey, was war das? Aua. Willst du mich verarschen, oder was? Ja, komm doch rein, du. Ah, komm doch rein. Weil uns ist nett. Pisser. So, was ist hier los? Ah, ah, das war ja mal volle Kante daneben, Alter. Aua. Danke. Hör. Wasser. Okay. Hier ist Wasser. Wo geht's denn hier hin? Sag mal. Was ist denn da für ein Eck hier? Waren wir hier nicht schon mal? What the fuck? Wo sind wir? Oh, guck mal hier. Der Wasserfall. Ist auch gar nicht so weit weg, oder? Von unserem Zuhause. Wo sind wir? Was zum Geier. Das mit dem Wasserfall sieht auf jeden Fall geil aus. Das mit dem Wasserfall sieht auf jeden Fall geil aus. Das mit dem Wasserfall sieht auf jeden Fall geil aus. Das mit dem Wasserfall sieht auf jeden Fall geil aus. Das mit dem Wasserfall sieht auf jeden Fall geil aus. Das mit dem Wasserfall sieht auf jeden Fall geil aus. Das mit dem Wasser. Das mit dem Wasser. Das mit 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 Wasser. Vielen Dank.